So, und dann wieder eine herzlich Willkommte zu Sonic & Generations Ähm, wir wechseln erstmal wieder den Charakter, wir wollen ja zu... Uaah, das war falsch, dass wir jetzt ein bisschen auf die Steuerung klarkommen Äh, ich bin gerade überlegen, was haben wir denn schon hier durch? Ich glaube, das haben wir, ne? Ja, das haben wir schon Okay, haben wir da oben schon das hier Ich werde jetzt so, äh, erstmal ein bisschen die Herausforderung machen, dann haben wir noch nicht Ballon Keyball Dank, Ballons springst du super hoch, erreichen Sie das Ziel innerhalb der Zeit, okay Ich habe hier auch bei mir ein bisschen die Tasten geändert Ich hoffe, ich komme jetzt damit besser klar Weil, wie ich ja bei der letzten Ausnahme sagte, Tasten sind eher so relativ suboptimal gelöst worden Ja, okay Rucksack Äh, ach scheiße, das... Ja, ich muss da erstmal hier auf die Steuerung klarkommen wieder Auch so war das, ne? Genau Ja, das ist schon mal ganz gut Ja, das ist schon mal ganz gut Ja, das ist schon mal ganz gut Ah verdammt Ja... Uäh! Was habe ich jetzt gar nicht gesehen Komm, palp! Boa... So, danke Uauuuuuh mechanism Nein, verdammt! Upsa! 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 Oh, jetzt geht's hier weiter. Ich hab keine Ah- Ach da ist das Ziel! Upsa! Ich hab' aber gar nicht gesehen. Aber egal, Rang A ist schon ok. Das gefällt mir schonmal. Ja, jetzt geht's hier rein. Doppelgänger! Den Trick gegen Sonics Doppelgänger an. Und dann reicht es das Ziel vor ihm. Ok, das schaffen wir aber auch. Wo ist denn der? Ach klar ist der Bisschen vor ihm das Ziel da rein Jawoll, das war der Supermove Das läuft noch ganz gut Verdammt, falsche Klasse Wir haben noch nicht gesehen, das reicht So, jetzt gehen wir hier hin Wo ist denn der Ziel überhaupt? Ach, da ist noch einiges hin bis zum Ziel Ja, einfach schnell hier runter Das schießt sie, ne? Das schießt sie auf uns einfach wenn wir hier durchrasen Alle zwei große Tasten sind ok Ach, da hab ich schon letztens immer so wie auch häufig abgekratzt, ne? Ja, so, einmal gehen Ach, oh nee, los, los Ob ich den S-Rang noch erreiche? Das könnte eng werden, ne? Ich glaub weniger, dass ich den S-Rang erreiche Weil dafür sind wir, glaub ich, nicht zu langsam gerade hier unterwegs Nein! Und tschüss Ja, verdammte Kacke hier Ah, nein! Nein! Verdammt, Mann! Wieso? Wieso fang ich jetzt da nicht hoch? Wieso fang ich jetzt da nicht hoch? Naja, dann erreichen wir halt nicht den S-Rang Dann erreichen wir halt gleich den anderen Rang Gucken welchen Daunter nicht Ah, das ist ja weg Ohhhh Äh Jetzt mal eben hier lang Und jetzt mal eben hier lang Alles schließt einen wieder, waaaaaaah so heilen runtergefallen das sollte nicht ach ja bestimmt ich kann ja noch wie in anderen Sonic, ja da habe ich das Teil vergessen, der hört uns ja gleich schon wieder oooohh, einfach schnell hoch sprinten und zack durch D-Rank gerade, man, ja, na, ich weich auch dieses Level hasse wie sonst was und, opala, runtergefallen, ja, wir gehen mal weiter hier zu die, ah, das, wenn du das Level willst, was ich denke, dann liebe ich das, ach so, wir machen erstmal mit den jungen Sonic das durch, wie immer, so, Highway Levels, also, ich liebe solche Levels, ja, ne, das sind wirklich die super schnellen Levels, ups, da habe ich einen kleinen Ruckler gehabt, Ortal ahora Hauptalarr A man egyörd Wieeuu Bion Ortalиц Uh, ok Oh, die fällt hier ein, hoppala. Nein, muss ich. Ich bin hier gerade bei den Level 92 wirklich ganz durch gerade. Ah, Auto, 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 Auto. Ah, verletzt uns, ich hab's nicht gedacht. Ja, Auto. So hoch, so hoch. Ja, und schüt die, Kopf die. Haha, der war, der war fies, der war absolut fies, ey, Leute. Also, die du so hoch geht, die du so hoch geht, die du so hoch.